Heyo zusammen, zu einem neuen Multiplayer Match von Summer Athletics. Alle Jahre wieder kommt der Gamepad und Tastaturkiller in die Läden. Diesmal habe ich mir den Cedric und die Sarah geschnappt. Christian haben wir kurzfristig disqualifiziert. Er hat nämlich letztes Jahr gewonnen. Als ob das dies ja anders wäre mit den Praktikern. Furchtbar. Ja, unsere erste Disziplin von dreien, die wir heute spielen, ist das 100 Meter Brustschwimmen und da legen wir jetzt gleich mal los. Die Bildaufteilung ist wie folgt. Ich bin links oben, Cedric rechts oben und die Sarah unten hat den größten Bildausschnitt. Furchtbar. Da geht es schon los. Ich habe da schwimmen, habe ich aber auch schon im Unterricht, im Schulunterricht gehasst. So, ihr seid bereit? Soweit. Dann lege ich los. Und dann müssen wir anfangen aufladen und wenn sie los schreien, jetzt in den Pool springen. Und dann müssen wir auf dem Gamepad rotieren. Und ich auf der Tastatur hau die Pfeiltasten rein bis zum Gehtnichtmehr. Auf den ersten Blick ist zu sehen, grafisch hat sich im Vergleich zum letzten Jahr nichts getan, oder? Überhaupt nichts. Also die Präsentation ist gleich, die Menüs sind gleich. Beim Titel ist es halt noch 2009 drin. Also ich war eben im Archiv, habe mir die alte Procke noch mal angeguckt. Also das ist... Man muss sagen, es hat vor zwei, drei Jahren grafisch echt noch ganz ordentlich ausgesehen, aber mittlerweile ist es durchaus veraltert, wenn man die Texturen am Poolrand sieht und auch das Wasser. Da heißt es immer, die Entwickler können mittlerweile alle Wasser machen. Ich finde, dass es echt arg überholt mittlerweile ist. Sag mal, stellt ihr euch so schlecht an, oder habe ich mir da Tastatur einfach nur irgendwie gefreut? Ich muss hier gleichzeitig unseren Zuschauern was erklären, dann kann ich nicht auch noch hier rotieren. Ich kann doch auch reden. Ne, das Ding ist, ich kann einfach so schnell drauf fahren, wie ich will und ihr müsst dem vorgegebenen Tempo da folgen. Ja. Und es macht ja auch Spaß, meine Tastatur kaputt zu machen, oder? Super. Bist du schon am Ziel? Ich bin schon am Ziel. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, ich bin wenigstens Dritter. Das ist gemein. Und? Na, wenigstens Dritter. Langsames Anschlag. Na gut, das war's mit dem Brustschwimmen. Die zweite Disziplin, die wir machen, ist das Turmspringen. Das ist dieses Jahr dazugekommen. Das ist tatsächlich neu. Und das werden wir wohl alle nacheinander machen müssen. Alle nacheinander verhauen, meinst du? Ja, ja. Nein, ich krieg das gar nicht. Oh, wir machen es tatsächlich gleichzeitig. Nein, da kommt's auf Timing an. Das ist so ein kleines bisschen aus Musikspielen wie Guitar Hero geklaut, was man da tun muss. Das ist also nicht ganz trivial. Ihr seid bereit. Das ist nämlich drei geteilt. Am Anfang muss man erstmal hier den Balken aufladen. Oh, ich darf das jetzt vormachen. Genau. Das ist noch der einfache Teil. Und jetzt kommt der knifflige. Jetzt muss ich nämlich mit dem linken und dem rechten Analog Stick im richtigen Moment die richtige Taste. Richtungstaste drücken. Das ist bei solchen Sprüngen wie denen, die wir ausgesucht haben, noch recht simpel. Im höheren Schwierigkeitsgrad nahezu unmöglich. Ha, seht euch das mal an. Und jetzt noch einen richtigen Eintaucher. Ja, einen richtigen Eintaucher. Ja, ich geh nicht schämen. Aber es gab immerhin 7,5 Punkte vom deutschen Ringrichter. Der ist doch parteiisch. So, wer ist jetzt dran? Ich vermute mal, ich bin als nächstes Mal. Ihr dürft, genau. Ihr dürft, glaube ich, sogar gleichzeitig. Drückt mal Enter und A. Hätte man am Ende etwa so die ganze Zeit gleichzeitig gekonnt. Ja, anscheinend. Hätte man. Also ich habe es vorgemacht, jetzt dürft ihr nachmachen. Jetzt dürfen wir es perfektionieren. Na, jetzt wird es lustig. Oh Gott. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ich finde auch die Abfrage nicht ganz optimal, wenn man das Guitar Hero gewöhnt ist. Da ist das besser gelöst. Selbst leichte Sprünge sind da nicht optimal zu schaffen. Das Timing ist schwierig. Also ich finde die Disziplin grenzwertig. Ja, und ich kriege auch vom deutschen Ringrichter nur 6 Punkte. Was soll ich euch was sagen? Ich habe gewonnen. Haha. Kommen wir zur nächsten und letzten Disziplin. So, last but not least. 200 Meter Sprint. Eine der Königsdisziplinen der Olympischen Spiele. Ja, da sieht man, dass das Publikum sieht an sich ganz nett aus, aber die sind alle so geklont. Das sind meistens so Dreiergruppen, die dann gleich winken. Ja, wie gesagt, also für nächstes Jahr wünsche ich mir definitiv eine neue Technik. Ich hoffe, dass es was wird. Auf der anderen Seite, das Spiel läuft auch wirklich auf drei, vier Jahre alten Rechnern. Ja. So, ihr seid bereit? Wer hat denn da schon wieder einen Frühstart hingelegt? Wer hat denn da schon wieder... Awww. Wer hat denn den Bildschirm vom hintersten Platz leider nicht erkennen können. Du hast das beiteste Bild. Das erinnert nichts an der Symbolgröße, leider. Oh, gut. Und noch einen. Achtung und aufladen. Los. Das sind jetzt wirklich die Gamepad-Killer-Disziplinen. Wir können danach komplett unsere Eingabegeräte wegschmeißen. Das ist gut, weil ich weiß, dass du heute noch Artikel schreiben musst. Verdammt. Boah. Boah. Wer hat hier? Sie. Boah. Boah. Wer hat hier? Sie. Ich bin unschuldig diesmal. Weißt du nicht, weil es immer auf deinem Bildschirm kommt. Ich drück die Klasse aber gar nicht. Linke. 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 Ne, doch rechte, genau. Rechte, das stimmt. So, diesmal bringe ich dir sogar einen Kaffee mit. Das war, das war Fremdeinwirken von Sarah. Das ist ja unglaublich. Du musst ja. Hast du jetzt dadurch gewonnen oder verloren? Ist ja... Na? Ja, da kommt der nicht. Und alle anderen irgendwann waren schwer. Da muss man gar kein Foto schießen. Kurzweilig ist das Spiel auch in diesem Jahr wieder, vor allem im Mehrspielermodus, macht es kurzweiligen Spaß. Vor allem, weil es ja wirklich über viele Disziplinen verfügt, das muss man auch mal sagen. Ja, nicht alle, man hat es gesehen, sind gut ausgearbeitet. Also man sollte sich da durchaus auf die Kerndisziplin des Spiels verlassen. Turmspringen gehört definitiv nicht dazu. Aber wie gesagt, nächstes Jahr muss definitiv eine neue Technik her.